Der frisch gebackene deutsche Volleyballmeister Allianz MTV Stuttgart hat die 311-malige Nationalspielerin Kathleen Weiß als ersten Neuzugang verpflichtet. Bildergalerie Volleyball Bundesliga der Frauen – Die Spielerinnen des Allianz MTV Stuttgart 14 Bilder Die 35-Jährige unterschrieb laut einer Mitteilung der Schwaben einen Vertrag für die nächste Saison. Weiß hatte vor elf Jahren den Schweriner SC verlassen, mit dem sie viermal Meister und dreimal Pokalsieger wurde, und war zu einer Europa-Tour gestartet. Sie spielte in den Niederlanden, Italien, Aserbaidschan, Slowenien und Polen. Zuletzt war die Zuspielerin beim Stuttgarter Champions-League-Gegner und bulgarischen Serienmeister Maritza Klaudiv aktiv. Let's block it's. Why? Let's block it's. Why?